hallo hier ist der martin von manny manches das die letzte analyse für nun montag den montag den ersten märz montag den ersten märz 2021 und auf jeden fall ist in unserem wachs spannung drauf also der monatsauftakt wir haben es im februar schon gesehen wie so ein monatsauftakt laufen kann der erste februar nachdem der zum monatsende vom januar doch recht schwach gewesen ist hat schon ordentlich oben reingedrückt na also da war da war richtig wumms drin und man kann hier durchaus jetzt schon mal sagen dass auch für den für den ja für den märz ähnlich in die spannungsgeladen das ganze passieren kann das ist nicht unbedingt safe dass das ding nach oben auflöst wir hatten jetzt am wochenende seminar gehabt die seminar teilnehmer haben jetzt hier quasi letztendlich die morgenanalyse erstellt ich habe das würde das jetzt einfach mal so ein bisschen als ergebnis zusammenfassung zusammentragen was die einzelnen dort in dem sinne zusammengetragen haben auch wenn wir uns glaube ich für die zwei stunden chartanalyse gar nicht so viel zeit nehmen brauchten im wochenchart hat es dann doch erheblich länger gedauerte dass da definitiv nicht einfach ist und 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 relativ schwierig sich auch durch zu fuchteln hier auf zwei stunden eben ist immer relativ zügig übereinander gekommen und konnten das auch recht eindeutig und für alle vertretbar ablegen wir haben auf jeden fall den neuen channel mit reingezogen der vorher nicht mit drin war das ist einfach darin geschuldet dass der dax ja hier sind tieferes hoch ausgebildet hat und dann auch noch mal ein tieferes tief ja das heißt sie haben noch mal eine abwärts ich will nicht sagen vertrennung das wäre ein falsches wort aber mir fällt nichts besseres ein weil wenn ein abwärtstrend das oder eine flacken flacken trend und wie auch immer ein channel noch mal nach unten eintritt und ein steiler wird dann nennt man das trend beschleunigung das ist es ja nicht wirklich dadurch dass wir da so weit noch mal nach oben zurückgekommen sind aber es ist vollkommen richtig ja einfach jetzt noch mal einen zweiten channel mit anzusetzen für den fall dass dieses korrekturmuster was jetzt seit dem letzten hoch hier eben ausgebildet wird vielleicht einfach auch noch mal aus so einem kleinen aus einer größeren flacke dann letztendlich sogar besteht deswegen sind wir übereinander gekommen dass wir gesagt haben also hier das sieht schon fast aus wie ein dreiecks könnte aber auch schon ein erster impuls gewesen sein weil von dem neuen tief haben neues tief gehabt das hat auf jeden fall auf der 650 auf unsere unterstützung richtig nach oben gezimmert wir haben zum zum gestrigen analyse zur freitags analyse auch gesagt hey pass mal auf der markt ist nicht sieht gar nicht so schlecht aus dadurch dass er sich auch immer wieder in diesem alten channel hier hält in diesem channel immer wieder da rein verteidigt sieht das gar nicht so schlecht aus und deswegen hatte ich am freitag oder für die analyse vom freitag schon gesagt er passt mal ein bisschen auf wenn da grüne kerzen kommen und er machte gut stress nach oben dann plant er mal ein bisschen dass der durchlaufen kann plant auch wenn er so 8 20 8 50 rausnehmen kann dass er durchaus ein bisschen sich sich oben raus strecken kann das ist nicht so richtig gut gelungen weil wir viel zu tief reingekommen sind der ist ja so schwach per gap reingekommen hat aber dann recht zügig und auch finde ich sehr 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 klar direkt von anfang an gezeigt hey freunde ich will nicht unten raus ganz klar zum freitag gezeigt ich will nicht unten raus ich will hier oben erst mal noch ein bisschen rumschottern so und dann hat er sich schwer getan über 8 50 nach land zu gewinnen das war dann von der distanz natürlich eine andere idee als das wo ich es noch zum gap close hier zum zum tageschluss vom donnerstag gesagt hatte bei 87 während das natürlich nur 70 punkte gewesen entfernt die hätte leicht durchlaufen können wir hier in die 900 rein und weiter dadurch dass wir dann hier im tief sogar an der 650 noch mal waren sogar noch mal unter dem donnerstag letztendlich waren hat er hat sich der dax war nicht donnerstag war was anderes war verkehrt jetzt war die dienst die sagt ich muss das gewesen sein oder aber jetzt bin ich komplett raus hier was der 23 23 dienstags sie also unserem dienstags sie war sogar noch mal drunter gewesen da hat sich aber brutal deutlich sichtbar erkennlich nach oben hochgeschoben bis an die 8 50 so dass zum ende sieht jetzt von mir aus aus der ebene ein bisschen wie ein dreieck war punktuell aber wirklich nicht sehr 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 dynamische aufwärtsbewegung die durchaus einen impuls vorgeben kann die seminar teilnehmer waren sich jetzt relativ einig gewesen dass das durchaus auch ein neuer impuls oben raus werden kann anders stimme ich auch vollkommen zu wir haben sogar gesagt oder recht viele haben gesagt über 8 50 long gehe ich auch mit über 8 50 muss ich ganz klar sagen ist für mich tatsächlich hat er hat der aufmerksam momentum zum zum montag wenn er über 8 50 schafft weiter grüne katzen zu generieren dann geht er durch einige haben jetzt hier gesagt um 900 liegt noch mal ein bisschen was klar was geklastert wir haben hier tiefpunkte die stören wir haben das mittlere band wir haben den kleinen durchschnitt der hier reinrutscht das heißt eigentlich wäre es besser den den long trigger hier ein bisschen hoch zu ziehen aber trotzdem würde der markt schon mit einem positiven reinkommen über 8 20 über 8 50 im long signal geben und dann könnte man durchaus schon um 900 hier entsprechend vielleicht einen teil verkauf ziehen und noch mehr nach oben probieren denn das haben die richtig erkannt jungs und mädels und dass wir hier oben ja um 14 30 dann eine neue trennkante haben die bestimmt auch im nächsten kontakt erstmal gut reagieren kann ja also 14 20 rum das wäre dann bewegungs ziel wenn es uns gelingt über die neuen 900 920 wieder rauszukommen kann natürlich dadurch dass es ein impuls ist auch richtig kräftig durchziehen aber wir haben dann hier erstmal widerstände da sollte man sich genau angucken wie bewegt er sich und die liegen zwischen 14 20 und ich sag mal 14 70 na das ist so da kann es ein bisschen unruhig werden das kann auch ein bisschen dauern bis er durchgeht gelingt ihm dann aber durchzugehen haben wir hier die ziele und eben noch weiteres drüber hinaus unten sind wir nicht ganz so kritisch mit ihm gewesen beziehungsweise und was heißt uns sind wir nicht ganz so kritisch gewesen unten haben wir eigentlich relativ deutlich alle gesagt dass uns das gar nicht gefällt dass der aus diesem alten aus diesem ersten channel so weit unten raus starkt das ist das ist ja ein zeichen dass er diese flag eigentlich gar nicht spielen will halt viel zu deutlich runter strömt und deswegen wurde hier von einem teilnehmer der der vorgeschlagen dass wir den trotter doch am besten gleich an die 17 50 stellen und auch ich würde mich nicht wohl fühlen jetzt zu sagen okay man geht erst hier drunter short das wäre mir zu tief also ich würde mir tatsächlich ich weiß nicht ob ich persönlich die 57 nehmen wird aber das passt gut rein ich würde vielleicht 735 und 770 dazwischen irgendwie so meiner entscheidung fällen da aber die 57 stark ganz gut reinpasst können wir das so drin liegen lassen wäre in dem sinne jetzt hier also ein short trigger zu verstehen der dann bestimmt noch mal hier unten einen schlag auf das tief macht die zone ist dabei dann 6 5 13 65 bis 13 5 80 das ist jetzt kleine unterstützungszone von dort kann er noch mal versuchen wieder seinen impuls nach oben zu bauen dann wäre auch hier dieser channel wieder komplett und er könnte mal versuchen oben rein zu laufen ja das heißt aber unter 57 erst mal primär dann auf der short seite vielleicht aktiv werden richtung eben 65 oder gar tiefer sollte er tiefer geht sollte er unten diesen channel auch nicht halten hätte er direktes potenzial auf den gap los unten bei 57 27 und einige seminar teilnehmer haben sogar gesagt richtig wäre es martin wenn wir nach dem was du gesagt hast er auf 13 310 gehen ist vollkommen richtig ja der kann durch das gäbe auch einfach direkt durchschlagen und auf die 13 310 das soll für den montag erst mal reichen wir haben natürlich auch noch ein bisschen weiter geguckt haben das auch noch ein bisschen tiefer durchgezogen wo unten dann bereiche sind das würde ich euch dann aber entsprechend nachreichen über die nächsten tage wenn das dann akut wird weil wir müssen jetzt erstmal gucken wie kommt der monat rein wir kennen vom letzten monats auftakt im februar wo der sagt man das monatsende auch eher sehr wackelig war ihr sehr häufig war und auch recht tief rausgezogen wurde kennen wir dass er ja eher sogar nach oben weggeschoben hat wenn ich mir zu die kryptus angucken über über das wochenende muss ich eher sagen die hänge halt echt hinten seilen also das sieht jetzt nicht so schön aus das ist alles rot da findest du nicht viele die hier überhaupt grün sind und das ja weder gestern noch heute also da sind gut abgaben trainer und da bin ich echt gespannt wie der dax rein kommt halt weil ganz oft hat man das schon gesehen dass der sich auch ein bisschen an denen orientiert und die haben die haben ja alle federn gelassen also das sind ja über das wochenende noch mal gut zehn prozent mindestens eigentlich auf jeder werbung manche sogar 20 bis 30 prozent jetzt übers wochenende runtergekommen da ist schon ordentlich sieht schon alles ganz schön rot aus dann kommen jetzt kommen jetzt kaufkurse so ja von daher bin ich sehr gespannt wie wir reinkommen sollten wir ein abwärtskipp kriegen unter die 57 denke ich muss man aufpassen dass man sich zu also muss man risiko nach unten war wie soll ich anders sagen also wenn der mit dem abwärtskipp jetzt noch reinkommt und hier vielleicht unter 57 hier noch mal ein bisschen aufpassen von hier können sich noch mal neue impuls lösen und ansonsten ist alles über 8 20 8 50 für mich lang unter 57 eher short hier wie gesagt eine gegenreaktion aber auch da drunter wenn das nicht klappt short ja sieht er sogar leicht negativ aus muss man sagen mit dem wie er sich jetzt so rausgestellt hat auch wenn er natürlich wieder das tiefschöne verteidigt hat aber da muss jetzt einfach oben ein bisschen was kommen und er muss vor allen dingen auch oben aus diesem channel raus um wieder seine positive bullige chartlage zu bestätigen und im neue kaufsignale zu setzen die dann halt auch mal vielleicht wieder ein bisschen mehr trend bewegung einfach auslösen wie das was jetzt die letzten tage sehen so jetzt können wir noch mal kurz in tax chart reingucken aber so viel ist da auch nicht passiert halt nein wir haben jetzt das das untere bollinger band gesehen haben dann mal gestoßen wir haben diese weiterhin haben akt wir haben schon aktiviert gab den long trigger jetzt schon aktiviert gewesen ist nichts passiert halt nicht genauso wie der natürlich der short trigger auch aktiviert wurde nichts passiert ist aber das kennen wir ja auch auf zwei stunden ebene da hat der dax wir jetzt in zwei drei wochen einfach nicht viel lust gehabt ja von daher hier ist jetzt erst mal nichts passiert wichtig wäre natürlich jetzt wenn er unten jetzt das band sich öffnet wenn er unten aus dem band raus fällt könnte das natürlich schon ein paar meter tiefer gehen hat also da muss man auch deutlich aufpassen der jetzt hier unten raus geht ist schon ist schon ein bisschen risiko auf der unterseite vorhanden definitiv also ja ich würde fast hier mal 200 taglinien ins spiel bringen wo da muss man jetzt auf jeden fall gucken wenn jetzt hier rote monat tages kerzen aus dem bollinger band raus gehen guckt mal das letzte mal haben wir das hier gehabt ja da ist auch ein paar meter hinterher gekommen hier da hat er angefangen da ist wirklich ein paar meter hinterher und vorher hat er sich schon mal am band abgestoßen das hat man ja jetzt auch mehrfach gesehen eins zweimal und wenn der jetzt hier unten raus geht da muss man schon ein bisschen aufpassen dass man nicht zu sehr auf der langen seite aktiv wird und den erstmal unten ein bisschen ausrennen lässt und short sucht vor allen dingen halt dann soll das soweit sein ich bin auch voll fertig also zwei tage seminar das schlaucht halt echt brutal aber ich glaube das hat sich auf jeden fall gelohnt das war also ich empfand das als richtig stark richtig gut das hat echt spaß gemacht und hätte ich auch nicht gedacht dass mir das so gut gelingt mit diesem digital haben das jetzt zum ersten mal gemacht und ganz viele es waren ja einige auch dabei die schon mal bei einem live seminar dabei waren die haben gesagt es war sogar noch besser wie es live seminar weil man weil weil derjenige der redet halt also der dozent halt in dem fall ich natürlich sehr gut steuern kann wann jemand rein quatscht und was nicht das kannst du im seminar nicht so richtig wenn dir da jemand rein ruft ganze zeit und von daher war das schon sehr gelungen fand ich also ich hoffe denjenigen die da waren es hat auch gut gefallen aber die resonanz habe ich ja schon bekommen das hat mir gut gefallen also ich bin komplett fertig werde mich jetzt wahrscheinlich auch direkt in die waagerechte begeben und ich wünsche euch allen schönen wochen auftakten guten montag und ich bin super gespannt also wenn ich das auch wenn ich die kryptos sehe wenn ich die 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 bewegungslage im dax lege also ich glaube da steht bewegung an dass das riecht nach bewegung das riecht nach bewegung von daher ich glaube hier von wegen spannung und so weiter blitzschlaggefahr und das ist gar nicht mal so abwegig ich drücke euch die daumen dass er gut was rausgeholt kriegt und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin ciao